guten abend kollege sie fahren den eurocity 287 von münchen hauptbahnhof nach innsbruck in rosenheim werden sie abgelöst aufrüsten einsteigen lassen abfahrt 1734 und damit herzlich willkommen zurück zu train simulator ich melde mich aus meiner heimatstadt vom münchen nach hauptbahnhof und bin glaube ich außer den ganzen railjet geschichten die ich bislang gefahren bin die taugers noch gar nicht gefahren also heute wie gesagt wir sind mit dem eurocity unterwegs und ich versuche mal das ganze hier in der kürze der zeit korrekt aufgerüstet zu bekommen so das dürfte hinten schon so weit gewesen sein wir haben ich glaube eurofima wagen am haken deswegen auch türsteuerung auf öbb eingestellt zugspitzensignale müssen wir noch konfigurieren zugsicherungssysteme sind sowieso standardmäßig immer eingeschalten glaube ich weiß ich sogar also sie vor pzb lzb ist alles standardmäßig immer aktiviert bei dieser maschine ich habe eine ganze weile suchen müssen bis ich jetzt mal wieder ein vernünftiges szenario für den taurus gefunden habe aber das hier scheint mir ganz vielversprechend zu sein so stromsystem müssen wir natürlich noch einstellen auswählen deutsche bahn das müsste soweit passen muss ich sonst noch hier irgendwas tun ich glaube nicht das müsste schon soweit in ordnung sein dann können wir glaube ich auch direkt schon den stromabnehmer heben aber mit mal stromabnehmer 1 ja genau das ist der vordere das ist natürlich nicht ganz ideal wäre natürlich eigentlich wäre es egal nicht gefällt mir nicht stromabnehmer wieder senken und den anderen auswählen soll ja alles seine richtigkeit haben lieber stromabnehmer 2 das ist dann auf jeden fall der hintere dann heben wir den bügel wieder und dann ist das gerät auch vernünftig aufgebügelt so haupt schalte 1 und irgendwie habe ich tatsächlich so ein bisschen gefallen daran gefunden die locks immer noch aufzurüsten wenn genügend zeit da ist ich habe das ewig überhaupt nicht gemacht ich weiß nicht ist es halt auch im grunde immer dasselbe und das geht ja ums fahren aber wenn man halt genügend zeit hat bevor die fahrt beginnt kann man sie auch manuell machen ist ja auch wirklich nett umgesetzt bei vielen lokomotiven also gerade beim taurus ist wirklich cool gemacht generell ist es einfach eine richtig coole lok gefällt mir ausgesprochen gut einer der käufe die ich definitiv überhaupt nicht bereue auch wenn das ding 40 euro kostet das realjet paket ist jetzt natürlich auch nicht gerade günstig aber es ist ich finde schon also sehr hochwertig einfach in jeder hinsicht so noch ein schnappschuss bevor es los geht bisschen wenig los vielleicht heute hier am münchener hauptbahnhof aber kann ich auch mit leben da steht ein bisschen was meridian mäßiges rum sieht sie nicht gut aus so eurofima wagen relativ langer zugverband hier der euro city richtung innsbruck cool gut wir dürfen schon ich habe das szenario natürlich aber kurz getestet bin mal kurz bis zum ostbahnhof runtergefahren und habe direkt festgestellt also das mit dem fahrplan wird aber echt schwierig und ich werde zumindest wäre ich gerne bis also in münchen ost wäre ich schon ganz gerne pünktlich deswegen werde ich mir glaube ich die freiheit nehmen bis zum ostbahnhof ein bisschen mehr auf die tube zu drücken als eigentlich erlaubt ist so ja wahrscheinlich habe ich jetzt wieder viel zu lange rumgetrödelt das ist vermutlich schon irgendwie machbar wenn man wirklich also quasi am limit fährt und wirklich schon komplett abfahrt bereit ist weil die türen zu geben dass man da halt schon gas geben kann das war jetzt natürlich da seht ihr ich habe schon fast fast eine minute verloren 45 sekunden auf jeden fall das reicht wahrscheinlich schon um in münchen ost nicht mehr pünktlich zu sein deswegen gebe ich zwischendrin jetzt einfach vielleicht ein bisschen mehr gas so minimal natürlich okay na gut wir sind auf der strecke man 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 schönes gerät einfach diese euro fema wagen diese personen wagen die wir heute am haken haben die sind übrigens freeware es lohnt sich auf jeden fall mal bei railworks austria vorbeizuschauen auf der website die haben einiges was man für immer bekommt was man sich da einsammeln kann ganz nette sachen dabei ich glaube der night chat ist auch von dort wenn ich gerade nicht alles täuscht die sind jetzt natürlich irgendwie nicht mega ausmodelliert so aber kann man sich schon mal an den haken hängen so ist es nicht das passt schon so wir passieren die hacker brücke können uns befreien und auf tempo 40 gehen ja dann schauen wir mal dass wir zumindest am ostbahnhof pünktlich sind jetzt ein bisschen rosenheim nicht reicht meine güte dann ist es so aber als mindest die paar kilometer bis zum ersten halt hätte ich ganz gerne in den haken ich weiß ist auch nicht so dramatisch die die sache mit dem mit dem fahrplan das immer 100 prozent einzuhalten ist ja auch eher nebensache so aber schon allein wegen der übersichtlichkeit also dann irgendwann hat man hat man hunderte von aufgaben gefahren und wenn man dann so durchschaut und überlegt was könnte man denn jetzt noch fahren ach schaut mal an links im bild hertha bsc lock haben doch tatsächlich den dem großen fc bayern hier aus dieser stadt einen punkt am ersten spiel tag entführt was wollte ich sagen ja wegen der übersichtlichkeit finde ich schon immer ganz cool in den haken für die aufgaben zu bekommen damit man halt einfach auf den ersten blick sieht was man schon gefahren ist da wäre es auch einfach insgesamt eine nette geschichte dass wenn das irgendwie gekennzeichnet würde was man schon mal gefahren ist egal ob man es erfolgreich abgeschlossen hat oder nicht die aufgabe aber naja so ist das nun mal okay dann passieren wir die donnersberger brücke dann dürfen wir gas geben 90 erst mal sie hat auch einfach einen schönen satten sound finde ich also der gefällt mir sehr sehr gut bei dieser lokomotive ja das passt so da da wir passieren den heimeran platz in sendling hier gebe ich jetzt schon mal so ein bisschen mehr gas also halt voll im rahmen natürlich hier mit 5 kmh zu schnell hier entgleisen wollen wir ja auch nicht ja jetzt wäre ich voraussichtlich 20 sekunden zu spät dran das sollte ja noch locker im rahmen sein irgendwie so eine knappe minute darf man glaube ich darüber sein das sollte schon passen so ein bisschen mehr gas auf 120 ein bisschen mehr gas auf die okay die 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 Nett anzusehen. Das war auch wieder irgendein Repaint von der 101. Beziehungsweise diese ganzen, ich glaube, viele von denen sind sowieso in diesem Train Team Berlin Paket mit drin. Diese ganzen verschiedenen Varianten der 101 von den KI-Loks. So, dann können wir nochmal so ein bisschen Zwischengas geben. Und dann geht es sowieso da runter auf Tempo 60. Das ist grundsätzlich immer so vorm Ostbahnhof. Wahrscheinlich ist das einfach die festgeschriebene Gleisgeschwindigkeit im Bahnhofsbereich, würde ich mal vermuten. Zumindest musste ich da immer auf 60 runter bislang. In jeder einzelnen Aufgabe. So, und hier ist es natürlich auch so. Da muss ich auch ein bisschen stärker in die Eisen treten hier. Ah ja, wobei, das geht. Das passt. Alles gut. Könnte klappen mit der Pünktlichkeit. Aber gerade so. Wird auf jeden Fall knapp. So, okay, das passt schon mal. Oh, das wird knapp. Bin gespannt, ob wir einen Haken kriegen. Könnte eng werden. Ja, das sollte noch im Rahmen sein. Jetzt sollten wir eigentlich schon dort sein. Aber die paar Sekündchen. Das sollte schon passen. So, da steht der Meridian. Glaube ich aber auch auf dem falschen Gleis. Würde ich mal behaupten. So, jetzt wäre es aber ganz gut, zum Stehen zu kommen und die Türen öffnen zu können. Sonst sind wir jetzt fast schon wieder eine Minute drüber. Gerade noch so, glaube ich, wird das in Ordnung gehen, hoffe ich. Okay, passt. Türen sind geöffnet. Servus, Hans Dampf ist am Ostbahnhof angekommen. Wer noch mitfahren will, sollte sich ein bisschen beeilen. Ach, sieht sie nicht gut aus. Die 1116. Die ist halt immer so eine Geschmacksfrage. Also ich bin ja auch eher so ein Freund der ein bisschen älteren Maschinen. Aber von den modernen Loks ist das schon fast mein Favorit. Rein von der Optik her. Das ist einfach ein gelungenes Design. Da haben sie schon was Schickes auf die Beine gestellt, hier mit dem Taurus. So, Türen sind schon geschlossen. Okay, passt. Dann ab nach Rosenheim. Dann ab nach Rosenheim. Das wäre auch noch eine nette Geschichte, wenn man von Rosenheim noch weiterfahren könnte. Oder wenn es zumindest halt dann irgendwie eine Rosenheim-Richtung-Österreich-Strecke gäbe bis Österreich. Ich weiß halt nicht, wie lange die Distanz dann von Rosenheim nach Innsbruck noch ist. Aber vielleicht sowas wie Rosenheim-Salzburg wäre vielleicht realistisch. Ich weiß nicht. Wobei Innsbruck ist wahrscheinlich... Ja, ich habe keine Ahnung. Innsbruck ist, glaube ich, näher als Salzburg. Aber es wäre einfach cool. Es gibt ja doch immer... Ein paar nette Aufgaben hatte ich jetzt auf jeden Fall schon auf dieser Strecke. Und viele sind halt irgendwie... Gehen halt fiktiv bis nach Innsbruck oder irgendwie nach Österreich runter. Enden logischerweise alle in Rosenheim. Na gut, dann sehen wir mal zu, dass wir Land gewinnen und die Landeshauptstadt hinter uns lassen. So, da hauen wir mal den Roadrunner rein. Und sobald der sich meldet, können wir auf 130 beschleunigen. So, da ist er schon. Ein großartiges Feature. Ich finde den Roadrunner echt überragend. So. Am Berg am Leim vorbei. Mutig, mutig hier so die Schrebergartenparzellen. Ohne jegliche Absicherung zur Bahnstrecke. Hm. Das ist nicht ganz... Möglicherweise nicht ganz realistisch. Möglicherweise. Oh, die heilige ET420. Schön, schön. Hatte ich jetzt auch auf jedem oder fast jedem Szenario, wo ich hier in München unterwegs war. War immer mal wieder schön die 420er verbaut. Sehr, sehr schön. So, das dürfte dann Trudering sein. Ich glaube, das ist dann auch die letzte Station, wo es noch Umsteigemöglichkeit zum U-Bahn-Netz gibt. Was kommt da reingefahren? Zebras. Im Doppelpack mit einem Kesselzug. Beziehungsweise ein gemischter Güterzug. Ja, sehr gut. Jetzt können wir auch auf 160 beschleunigen. Ruhig, cool. Kann man mal so machen. Okay. Jetzt haben wir auch langsam die Streckengeschwindigkeit erreicht. Joa. Netter Zugverband. So, dann passieren wir noch Haar. Und das dürfte dann so auch langsam die letzte Station im Münchner S-Bahn-Netz sein. Grafing ist dann die allerletzte. Da rutschen wir mal schön durch mit 160. Also auch wirklich ein Top-Führerstand, muss man sagen. Also finde ich persönlich, ich finde der ist absolut gelungen. Sieht sehr ansprechend aus. Feines Produkt, der Taurus. Das ist so. Genau. So. 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 Was ich für den Railjet gerne mal hätte, ist eine Aufgabe für Hamburg-Hannover Deluxe. Weil also meines Wissens fahren die ja schon bis Hamburg, die Railjets. Das wäre mal eine feine Sache, da habe ich bislang auch noch nichts gefunden. Das stelle ich mir jetzt ziemlich cool vor. Am besten schön über die volle Länge. Da darf man ja auch viel heizen auf der Strecke, auf jeden Fall 200, glaube ich, ist so Vmax in einigen Bereichen. Der Railjet darf ja, glaube ich, 230 sogar. Das wäre mal eine feine Sache. Grüne Welle bis hier hin und ich vermute mal, das wird auch so bleiben. Also wenn Zugüberholungen, dann sind wir diejenigen, die überholen und nicht andersrum. Es ist eigentlich ziemlich viel, wie ich gar nicht nナen für ein Reichelt ich, das ist, doch nicht klar, wie ich ihn euch auchiegene. Ja, ich bin dann genaue. Naja, was macht denn die S-Bahn da? Ach, steht auf dem Abschellkreis. Okay, alles klar. Jo, das läuft. Durchaus angenehm zu fahren, die Geschichte hier. So, wo sind wir denn eigentlich? Grunsdorf oder so irgendwie, die Ecke glaube ich. Aha, der Kollege. Ziemlich genau derselbe Zugverband. So, dann müssen wir wieder ein bisschen langsamer werden hier. Ein bisschen runterbremsen auf 140. Ziemlich. 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 Dann werden wir gleich nochmal ein bisschen langsamer. Dann dürften wir auch gleich schon Grafing erreicht haben und lassen das MVV-Netz hinter uns. Und brettern über die zweigleisige Strecke nach Rosenheim runter. Oder rauf? Eher rauf. Ich glaube Rosenheim liegt höher als München. Ja, nett. Doppeltraktion. Ich konnte nicht wirklich erkennen, was das jetzt war. Ich glaube, das war auch so TXL Logistics Lackierung. So, da können wir gleich direkt wieder den Roadrunner zum Einsatz bringen. Sehr schön. Miep, miep. Großartiges Feature. Einfach nur großartig. Für allein dafür lohnen sich die 40 Euro. Ganz klar. Okay. Dann lassen wir hier an der Rüge. Ich stelle auch das S-Bahn-Netz hinter uns. Und da ist auch noch mal die 420er. Links im Bild. Ab aufs Land. Ja, das ist also vor diesen Standard-DTG-Strecken wirklich auch nicht die schlechte. Das ist halt natürlich Geschmackssache und natürlich ist das qualitativ eine andere Nummer als irgendwie Konstanz Willingen und Co. Keine Frage, aber ich finde die schon ganz ordentlich. Aber ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen. Also es war einfach irgendwann klar, dass ich mir alle Münchner Strecken holen muss. Führt kein Weg dran vorbei und das geht wahrscheinlich jedem so. Wenn da irgendwie so die Strecke, die vor der Haustür quasi vorbeiführt, im TS umgesetzt wurde, dann holt man sich das halt. Aber ich bin so jetzt doch schon einige Male hoch und runter gefahren. Meistens runter, also meistens Richtung Rosenheim leider. Die meisten Szenarien beginnen eher am Münchner Hauptbahnhof als umgekehrt. Aber ich finde die immer noch solide. Also kann da nicht allzu viel aussetzen. Die meisten Szenarien werden dann aber, wie es noch mehr so geht. Oder fällt die Strecke hin Chamberlade. Das ist schon Juan als Nach Chile. Vielleicht ist das immer noch so. Ich bin großartig. Vielleicht in die Strecke. Oder ich weiß nicht nur die Strecke. Ich bin auf der Strecke. Ich bin auf der Strecke. So, genügend Bilder eingefangen. Und dann haben wir sie eh nicht mehr allzu weit. Knapp 20 Kilometer haben wir noch vor uns bis Rosenheim. Das kommt mir immer noch, also wenn ich mit dem TS nach Rosenheim fahre, kommt mir das immer noch ein Stückchen schneller vor. Oder also kürzer eben die Distanz, als wenn ich hier ab und zu mal als Fahrgast runterfahre mit dem Meridian. Und der Meridian, wenn der ohne Zwischenhalt nach Rosenheim fährt, dann dürfte der ja ziemlich genauso schnell sein wie unser Zug heute. Schneller als 160 dürfen sie alle nicht auf der Strecke. Aber es ist, glaube ich, schon eine ziemlich Originalfahrtzeit. Also das kommt schon, glaube ich, sehr, sehr nah ans Original dran. Kommt einem nur anders vor, aus irgendwelchen Gründen. So, Astling. Astling in Oberbayern. In Slowenien gibt es auch nochmal einen Astling. War ich auch schon ein paar Mal. Jesu Nietzsche. Astling ist, glaube ich, der österreichische Name. Oder eben der deutsche Name. Nette Bahnanlagen hast du auf jeden Fall. Sonst eher so ein bisschen unspektakulär. Aber die Bahnanlagen kann man sich mal anschauen. So, ab auf die Gerade. Dann werden wir mal kurz Paddle to the Metal machen. Aber dann werden wir eh schon wieder auf 150 runtergebremst. Und dann werden wir mal kurz vor. Das sieht doch aus. Das sieht doch ganz vielversprechend aus. Fahrplan ist aktuell sehr gut sogar. So knapp das jetzt auch mit dem Ostbahnhof war, hier haben wir deutlich Spielraum. Ich frage mich aber vielleicht noch, ob der Aufgabenersteller noch irgendeine Gemeinheit eingebaut haben könnte. Weil 18.12 Uhr sollen wir da sein. In weniger als 10 Minuten fahrplanmäßig. Und aktuell ist die Prognose 18.09 Uhr. Aber gut, vielleicht ist der Fahrplan halt einfach so freundlich gestaltet, dass man auf jeden Fall pünktlich in Rosenheim ist. So, Ostermünchen heißt die Wirtschaft. So, Ostermünchen heißt die Wirtschaft. konzentration auf die signale legen irgendwie traue ich der ganzen sache nicht nachdem das wirklich relativ eng war zwischen hauptbahnhof und ostbahnhof und jetzt doch hier so ein großer puffer drin ist rosenheim runter mal schauen nett anzusehen wie die hier durch die landschaft fräst fernverkehr aus österreich kommend deutsche kollege in dem fall tolle perspektive aber eigentlich ganz interessant das mal zu sehen wie das so gebaut ist ich glaube das ist halt auch einfach dass es quasi kein terraforming wie dieser bahndamm entstanden ist sondern das scheint ja dann auch irgendwie so eine art 3d modell zu sein der erhöhte bahndamm hier also sonst würde man ja dann mit der kamera nicht runter kommen denke ich mal warum auch immer das so ist so was haben wir hier groß karolinenfeld nächste dürfte da in rosenheim sein ein bisschen runter bremsen hier und auch da denke ich wir mal vor rosenheim auf 60 runter müssen das ist eigentlich auch immer standard hatte ich glaube ich auch noch nie anders macht ja auch sinn hier zwar noch nicht aber ich glaube beim nächsten vorsignal wird es mir dann eh schon angekündigt langsam fahrt das weiß ich jetzt schon naja kriegen wir langsam fahrt ja natürlich natürlich und wie üblich mit tempo 60 oh da müssen wir jetzt aber schon ein bisschen in die eisen steigen hier das sind ja locker hauptsache zügig unter die 85 kommen weil man glaube ich hat man in der oberen zugart nicht sogar 23 sekunden naja ich weiß es nicht aber auf jeden fall ausreichend so tempo 60 ok schaut gut aus ok punktlandung fast fahrplan ach ausgezeichnet locker zwei minuten zu früh kommen wir da jetzt an hier ist halt auch übibi und nicht die b sind wahrscheinlich ich kann da ich weiß es nicht genau ich glaube die österreicher sind unterm strich schon ein bisschen pünktlicher oder als die deutsche bahn so war keine kunst denke ich mal wahrscheinlich sind so ziemlich alle eisenbahnunternehmen einfach pünktlicher als die db ist aber nur meine vermutung muss nicht stimmen die schweizer sind ja bezüglich pünktlichkeit dann sowieso noch mal ein eigenes thema also bei denen funktioniert das ja echt wie ein uhrwerk das ist schon auch echt ein bisschen beneidenswert so rbh ist auch unterwegs gut das passt passt pünktlich in rosenheim angekommen ok wir haben ja jetzt auch noch hier personalwechsel also lokführerwechsel da können wir noch schön gemütlich hier die übergabe machen mit dem kollegen der dann nach innsbruck weiterfährt so so ja leihwand das passt türen auch ein bisschen güterverkehr abgestellt hier jo ich würde sagen das passt haben wir gut gelöst und dann verabschiede ich mich an der stelle auch sage vielen dank fürs zuschauen hoffe es hat euch wieder ein wenig gefallen dieser kleine ausflug mit dem euro city richtung innsbruck und ja wenn ihr bock habt sehen wir uns zunächst in folge wieder würde mich sehr freuen bis dahin und macht's gut so das passt